Hallo zuhausein Nr.81, das bedeutet wieder Nachfahrton. Wieso habe ich die letzte Folge eigentlich hier beendet? Jetzt muss ich erstmal den ganzen Weg zurücklaufen. Ah ja. Ich hoffe, das klappt diesmal mit dem Nachfahrton. Ich werde auf jeden Fall einige Male testen, ob der Tor noch läuft. Diese Folge hat schon mit Problemen zu kämpfen, und zwar wollte sie sich nach dem Schnitt erst nicht speichern lassen. Daher hoffe ich umso mehr, dass es jetzt mit dem Nachfahrton alles mal besser klappt. Es muss ja nicht immer alles problembehaftet sein. Jetzt habe ich auf jeden Fall den guten Ton aus der Laubfarming Area ins Schweineland gebracht. Verbaue ich den auch direkt? Geh mal hoch? Ich weiß es ja nicht mehr. Das ist immer das Problem beim Nachfahrton. Man weiß gar nicht, was passiert eigentlich als nächstes. Also im Moment laufe ich hoch. Könnte sein, dass ich jetzt direkt den Ton verbaue. Ach, da sind noch die beiden hässlichen Fichten und zwei Lama. Hallo Lamas, wollt ihr mir Leder spenden? Das ist aber nett von euch. Ja, du auch. Ja, komm her, ja, ja, komm, komm schon, ja. Dankeschön, das ist nett. Das Leder nehme ich gerne. Ja, man sieht bei den hässlichen Fichten, man sieht wie weit ich jetzt mal mit dem Ton gekommen bin. Und so wie es aussieht, mache ich jetzt direkt weiter. Aber wir haben ja schon letztes Mal ausgerechnet, der Ton, den ich gefarmt habe, der wird hinten und vorne nicht reichen. Und jetzt habe ich den ersten Tontest gemacht. Der Ton funktioniert noch. Achso, ja, und wir schlafen mal kurz. Ja. Dann wird der Ton weiter verbaut. Ja, ähm, ich werde auf jeden Fall neuen Ton brauchen. Ich habe im Off, in der Sicherheitskopie, auch schon einen Ort gesucht. Und deswegen wollte ich jetzt auch erst nachvertonen, damit ich nicht schon mehr weiß, weil ich die nächste Woche schon aufgenommen habe. Ich werde jetzt direkt im Anschluss nachvertonen, nämlich eine sehr weite Reise machen. Ich habe nämlich geguckt, ob nördlich vom Nordpol vielleicht eine Tonfarmregion ist. Und was war da? Direkt neben dem Nordpol? Ein Fichtenwald. Wieso bin ich für meinen Fichtenwald so weit weg? Und dann habe ich weitergesucht und da waren ganz viele Fichtenwälder. Das war ganz schlimm. Ja, und dann irgendwann habe ich da auch einen schönen Sumpf gefunden. Also es gibt ja schon zwei Sümpfe hier im bekannten Gebiet. Einer gehört halt Bischof Troll. Der andere gehört Kanu. Da kann ich nicht einfach Ton farmen. Ich muss mir meinen eigenen Sumpf suchen. Der ist jetzt ziemlich weit weg. Aber ich habe einen gefunden. Die nächsten beiden Folgen werden sich dann mit der Tonreise beschäftigen. Also einmal hin... Oh, oh, ja, jetzt bin ich schon hier. Ui, ja, das geht natürlich jetzt im Speed. Ja, also die nächste Folge wird sich damit beschäftigen, hinzukommen. Und die Folge danach hoffentlich auch wieder zurückzukommen. Weil, wie gesagt, das ist schon ein bisschen weiter und wird auch im Neta etwas abenteuerlicher sein. Ja, jetzt sieht man auf dem Gelände der Wilkersons, da mache ich eine kleine Gartenmauer. Auch, das sieht auch schön aus hier aus der Perspektive, wie da schön die Mauer immer wächst. Ich mache mal den nächsten Tontest. Der Ton wird noch aufgenommen. Das ist ja super. So, ja, ist das nicht schön, wie hier die Mauer wächst. Die ist hier übrigens aus Eichenholz. Ist ja jetzt kein großes Herrenhaus, sondern ein Familienhaus. Ja, und diese Mauer, da war das Schwein im Weg. Diese Mauer macht mir quasi die Grenze. Zwischen den beiden Mauern werden dann noch Bäume gepflanzt. Ich bin noch am überlegen, inwieweit ich die dann komplett mache oder ob ich einen Weg noch dazwischen lasse. Das sehen wir noch. Aber guck mal, die Mauer ist fertig, ist nicht schön. Und wenn ich dann schon dabei bin, erstmal ein Tontest. Der Ton läuft noch. Ah, ja, hallo, ich bin vor der Kamera. Hallo. Ja, wenn ich dann schon dabei bin, mache ich jetzt auch mal schnell den Vorgarten. Ich habe etwas Laub dabei und Knochenmehl. Und der Vorgarten soll dann ein bisschen schöner werden. Ja, da kommt auch wie schnell da alles weg, wenn man Knochenmehl benutzt. Das ist noch das gute alte Knochenmehl vom Komposter. Von dem Feld, das ich ja inzwischen abgebaut habe. Und des Dorfs, das vorher auf meinem Herrenhausgelände war. Ja, und nochmal in die Kamera blicken. Ja, so ist das andersrum aus. Der Dampfbord stand da in einem Kabuff, dass er von Monstern dort nicht belästigt wurde. Jetzt gucken wir uns den Vorgarten nochmal aus dieser Perspektive an. Ja, ist ja nicht schön. Jetzt kann eigentlich das Haus starten, wenn ich nicht diese elendlange Tonreise machen müsste. Ja, wir gucken uns natürlich auch nochmal von oben an. Ach, hier hätte ich nochmal Speed machen können. Alles ist ja jetzt schon voreingestellt. Die Speedaufnahmen, der Schnitt und alles. Jetzt wird hier jetzt nur noch drüber gelabert. Ja, so sieht es von oben aus. Ohne Shader diesmal. Ja, dann nehmen wir wieder runter. Und dann, was ist das nächste? Was habe ich denn noch? Ach ja, ich wollte ja hier die eine von den Fichten wieder abholzen. Dafür müsste ich... Ja genau, das geht ein bisschen schneller. Und ich wechsle... Wo laufe ich denn jetzt hin? Vielleicht mache ich doch was anderes erst. Ach, ich wollte das hier erst noch auffüllen. Ja, das Haus soll ja auch in jeder Folge ein bisschen wachsen. Und deswegen... Die Treppe ist ja schon fertig. Das hier wird mit Erde aufgefüllt, damit der Administrator des Servers glücklich ist. Und dann ist das hier ja quasi so der Eingangsbereich vor der Haustür. Ja, ich werde dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge, bevor ich die Tonreise beginne, gucken, ob ich ein... Ähm... Oh, ein... Was? Ähm... Äh, die Eingangstür vielleicht mal mache. Ja, die Eingangstür könnte ich machen. Ah, jetzt gucken wir uns die Fichte an. Das Problem ist allerdings, und da habe ich auch nicht früher dran gedacht, die Eingangstür besteht aus Schwarz-Eigenholz. Ja, man sieht es aus der Perspektive leider doch nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Also, ich hätte den Damp-Bot woanders hinstellen sollen, damit man schön sieht, wie die Fichte abgeholzt wird. Ja, ähm... Blöderweise besteht die Eingangstür aus Schwarz-Eiche. Ich fürchte, Schwarz-Eichen habe ich noch nicht. Ich... Ach, seid gegrüßt, König Tobi! Wo kommt ihr denn plötzlich her? Mit dem habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Hallo! Ja, äh, dann... Was kann ich euch denn zeigen? König Tobi? Oder King Tobi? Don'test? Ton läuft noch. Die Fortschritte der letzten Zeit. Ja, dann folgt mir. Hier hoch geht's hoch. Hier hoch, ja. Kommt her. König Tobi zu meinen Füßen. Ja. Das ist so, wenn man mit einem König über eine Treppe hochläuft. Ja, dann schauen wir uns doch mal das Gelände an. Er war ja jetzt auch schon länger nicht mehr hier. Den Rundgriss kennt er auf jeden Fall noch nicht. Das sind die Grundmauern! Das sind die Grundmauern! Merlin! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Tess, das nervt langsam. Ja, dann gehe ich mal rüber, dann pflanzen wir gleich mal die nächste. Ja. Nee, nicht da. Ja, da. Ja, okay. So, ja, aber das Gelände der Wilkersons wollte ich dem werten König da noch zeigen. Oh, und er gibt mir sogar das Fichtenholz. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder rüber. Das ist ja das Gelände der Wilkersons. Guten Tag. Der Vorgarten ist bereits fertig. Allerdings auch nur der Vorgarten. Alles andere noch nicht. Was ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Ja, das erzähle ich ihm dann auch mal das Stativ vom Dump-Bot. Ja, von hier oben hat man hier eine schöne Sicht. Da beobachten wir von hier oben jetzt mal Sir Toby. Nee, König Toby. Entschuldigung. König Toby natürlich. Diese Stein... Nein, die Steinplatte ist nicht der Vorgarten. Das ist die Straße. Die hoffentlich noch an irgendwas angebunden wird. Ah, okay. Ja. Jetzt ist er oben. Da oben, ist er oben? Da ist er. Ich hüpfe, seht ihr mich, König? Ja, er hüpft auch. Ja. Ja, okay, das ist er denn jetzt. Alles schön ausgeleitet übrigens, war ja ursprünglich die Idee von Sir Toby damals noch, als er noch kein König war. Ja, wo ist er? Er guckt sich da oben noch alles an. Ja, okay. Ja, okay, genug da oben rumgespielt. Oder habt ihr eine Kamera... Wie ist er denn jetzt rausgekommen? Ich hab das doch so trappiert, dass man da nicht rauskommt. Damit mir der Dump-Bot nicht wegläuft. Der König, der kann wieder Dinge. Er meinte, man müsse sich ja nur ducken, dann käme man da durch. Ja, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. So, mal wieder zurück. Ach, ich mein, zu Ehren des Königs kann man jetzt auch mal hier mit Knochenmehl... Ich hab Knochenmehl dabei. Kann man die auch mal mit Knochenmehl hochwachsen lassen, die Fichte. Oh, ja, und prompt eine bessere Fichte. Ich mein, ist jetzt noch nicht optimal, aber... Kaum ist der König dabei, ist das doch schon viel besseres Material. Ja, die kann man doch so nähen. Ich mein, jetzt kann ich... Ich hab ja Fichtenholzieher. Kann ich die noch ein bisschen verschönern? Oder was meint ihr, König? Ja, ich verschönere die jetzt noch ein bisschen. Und dann kann die so bleiben. Hier kommen Stämme hin, da kommen Stämme hin. Ja, das soll halt alles ein bisschen natürlich aussehen. Der Stamm soll ein bisschen dicker werden. Man muss halt aufpassen. Ah, nee, das reicht noch nicht. Ein bisschen höher. Hier noch höher. Ah, hier noch... Hier noch höher. Ah, rechts hat es jetzt zu hoch. Ja. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht auch mal ein bisschen so. Wurzelwerk, ja. Die Fichte kann so bleiben. König Tobi hat mir empfohlen, auch kleinere Fichten, nur die es machen, aber an die Stelle sollen nur große Fichten. Kleine Fichten sind noch geplant, allerdings dann unmittelbar vor das Herrenhaus. Dazu später mehr. Bis wir dahin kommen, dauert es noch, denke ich. So. Ja, dann würde ich sagen, nachdem Tobi ja jetzt unsere neuesten Errungenschaften sehen durfte, könne ich doch mal nach Neu-Tobi-Land, oder? Und ich würde sagen, das können wir vorspulen. Also, das muss jetzt nicht... Oh ja, da sind wir schon. Okay. Koki-Join für den Game. Okay. So, ja, hier, das ist die Karte. Das wird er auch gleich nochmal sagen. Da ist, äh... Das sieht aus wie eine Pyramide. Dann sagt er denn was. Dann müsste er jetzt gleich eigentlich was sagen. Die große Karte von Ascalon. Jetzt hat er was gesagt. Und hier, das finde ich, sieht aus wie eine nette Pyramide. Er muss mich allerdings berichtigen, es sei wohl ein Krater. Ja. Dann schauen wir uns mal weiter die Karte an. Was sehen wir hier? Eine Wüste? Das ist... Aber es ist so klein. Das ist mein Krater. Ja, da sagt er. Das hier ist das verbrannte... Ist das das... Ne. Ah, das war... Äh, ich hab's falsch rumgeguckt. Das da... Das ist das verbrannte Land. Äh, und das ist hier in Sistan. Ja, und... Was ist er denn? Da ist er... Ah, und da ist dann im Vergleich Neutobiland auf der Karte. Da ist ein Viereck, das er mir hoffentlich auch noch sagt. Ja, ja, hier unten befindet sich das Königreich Neutobiland. Ich war bereits dort bei eurer Krönung. Ja, dann lasst uns doch mal Neutobiland betreten. Ein Turntest nach dem anderen. So. Hallo. Ja, die Halle kommt mir doch bekannt vor. Die große Portalhalle. Genau, hier war ich ja schon mal. Ich finde, sie sieht sehr luxuriös aus. Was haben wir hier? Anlieferung und Abholung. Post und Pakete. Okay. Also, betreten wir nun Neutobiland mit der ersten Führung. Wir waren letzte Woche schon hier. Doch da hatten wir keine Zeit für eine Führung. Da gab es eine Krönung. Warte mal, da ste... Ach, jetzt bin ich zu schnell dran vorbeigelaufen. Na gut. Aber Tobi wird uns ja alles Wichtige erzählen. Dieses Lagerhaus ist Eigentum der T14-Stiftung. Aber wenn er reingeht, darf ich auch rein. Das ist gut. Das Lagerhaus. Ja, das Lagerhaus. Ja, ich habe ja noch ein recht kleines Lager. Das wird ja wahrscheinlich dann auch noch ausgebaut. Sobald ich das Gebäude auch der Willkassens fertig habe, darunter... Ich weiß noch nicht, wie ich es mal... ...hab ich so einrichte wie er. Oder... Ähm... ...andres. Ach, ich werde da... Das wird sowieso noch dann, bis ich so weit bin. Das wird auf jeden Fall unterirdisch unter das Haus der Willkassens kommen. Und vorerst habe ich das kleine... ...eines der ältesten Gebäude hier in Neutobi-Land. Ja, das Lagerhaus braucht man halt einfach immer sofort. Deswegen habe ich ja das kleine Provisorium... ...welche historische Städte... ...unter dem Schweine-Land. Was ist hier? Oh, zwischendurch mal Werbung. Ja, äh... Guckt euch die Krönung des Königs an, denn dort war ich ja schon mal hier in Neutobi-Land. Und Irrung und Wirrung im Toto, wo ich mich voll verlaufen habe in Neutobi-Land. Also, in der Folge habe ich mich auch verlaufen, aber... ...ich verlaufe mich oft. Ja, gegenüber ist nämlich die Grasberg-Mine. Da habe ich mich in Irrung und Wirrung im Toto verlaufen. Äh... Dann springen wir mal da runter. Weee! Ja, das hier ist die Grasberg-Mine und... Wow! Da hat er mal... Er hat Bambus. Ich brauche ja Bambus, aber... Ich bin ja der Meinung, ich muss mir alles erst mal selbst... ...alles mal selbst gefunden haben, bevor ich die Ressource dann habe. Und ich kann mir ja jetzt hier auch ein Bambusstückchen abschnippeln. Ja, hier wird ein bisschen was abgebaut. Ich kann hier ein Stückchen einfach abschnippeln und mir das dann selbst vermehren, aber das finde ich langweilig. Ich will selber noch eine Bambusreise machen. Das hier ist eine Kaktus-Farm. Das Design, das kannte ich so noch nicht, aber die Idee ist eigentlich auch recht gut. Produziert viel Kaktus, allerdings kostet es viel Eisen für die Trichter. Ja, das ist halt die Frage. So viel Kaktus... Ich meine, ich brauche jetzt nicht viel K... Oh, das funktioniert, wie zu beweisen war. Ich brauche jetzt nicht so viel Kaktus und deswegen wäre mir das Eisen zu schade, weil Eisen brauche ich ja dann gegen sehr viel. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Was hat er noch zu zeigen? Nichts Atom-Test. So. Und da geht es dann wieder nach oben. Okay. Geht's nämlich weit nach oben. Ziemlich weit, ziemlich weit. Und da sind wir oben. Hallo. Äh, wo sind wir denn jetzt? Äh. Ach, hier geht's noch eins hoch. Noch eins hoch. Wo sind wir jetzt? Äh, kommt schon raus da. Was ist das hier? Hallo? Was ist das? Hallo? Da ist Kelb. Hier wird das Brennmaterial für die Öfen produziert. Das ist nichts drin. Er benutzt Kelb, um Kelb zu verbrennen. Er sagt allerdings, das wäre effizient. Okay, woher geht's runter? Okay, wo sind wir jetzt? Das sieht ziemlich neblig aus. Ich kann da nichts erkennen. Wo sind wir denn hier jetzt? Hier wächst der Seetang. Aha, aber ich seh da einfach nichts. Ich kann es nicht erkennen. Äh, jetzt war wieder der Ton kurz weg, aber diesmal hab ich's gemerkt. Also, ich konnte da nicht erkennen, was da im Fenster zu sehen war, aber da wächst wohl Seetang, heißt es. Ja. Äh, wir gehen immer nochmal da runter und wollen mal sehen, was gibt's denn da unten. Das mach ich immer ein bisschen schneller. Das dauert nämlich echt lange, der Aufzug hier. Deswegen hab ich ein bisschen vorgespult. Achso, sind wir wieder unten. Also gehen wir direkt wieder hoch. Und da sind wir wieder bei König Tobi. Der vertransvolle Tobi für Sintrude 3, der Gütige. So, wo sind wir denn hier? Da geht's wieder runter. Und wo kommen wir dann hin? Ach, das ist der Ausgang der Karsbergmine. Gut, dann geht's hier runter. Jetzt wünschne ich mal was futtern. Wo sind wir hier? Oh, wir gehen zu den Bienen, weil in der Nacht schlafen die ja. Das heißt, wir müssen leise sein. Ja, hier sind die Bienen. Das wird er uns auch gleich verraten. Denk ich mal. Hier werden Bienen gezüchtet. Ja, und das sind die fleißigen Bienchen. So, okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Und müssen auch zumachen, wenn die Bienen denn aufwachen, sollen sie ja nicht da rausfliegen. Sonst sollen wir alle Bienenstiche am nächsten Tag. Ja. Wo geht's jetzt dahin? Da geht's wieder runter. Wer soll ich denn... Oh, Neterwarzen! 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 Äh, ob ich die wohl einmal abfahren dürfte? Sind ja nur ein paar Neterwarzen. Natürlich! Oh! Welch Großzügigkeit! Ja, die hole ich mir doch also wirklich. Da... ...hab ich ganz schnell mal wieder ganz viele Warzen. Und die können sich ja auch direkt nachwachsen. Wow! Ich hab Neterwarzen! Ne ganze Menge! Die brauch ich ja! Es regnet! Na toll! Hm... Wollen wir mal jetzt? Die automatische Weizenform kommt als nächstes. Da geht's runter. Da ist sehr viel Weizen. Ja, das kann man ja voll... Ne, vollautomatisch geht's nicht. Doch, doch! Geht vollautomatisch! Ja. Welch hochtechnisiertes Land wir hier haben. Oh, Mann! Ja, äh... Ich meine, ich brauch ja nicht viel Weizen, sonst würde ich vielleicht versuchen, sowas auch mal zu bauen. Aber da soll ich mir dann vielleicht die Hilfe von König Tobi... Äh... Äh... Irgendwie... ...zurate ziehen. Das ist... Ja, sehr technisch hier. Gehen wir mal wieder hoch. Äh... Da unten war... Waren wir da unten? Ne. Äh... Ich komm hier mal da hinten. Oh, da schläft jemand. Da müssen wir aber leise sein. Da drüben auch. Da sind wohl die Arbeitskräfte hier. Die slavischen Arbeitskräfte. Okay, wir können wieder... Die slavischen Arbeitskräfte waren da. Okay. Wow! Da ist ein Schwert! Das ist aber groß. Hab ich das letzte Woche auch gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Guckt euch nur das Schwert an. Wie groß das ist! Äh... Das große Diamantschwert aus Prismarin, meint König Tobi. Meins ist nicht so groß. Ihr habt definitiv das größere, König Tobi. Muss man neidlos anerkennen, oder? Neidlos? Ich weiß es nicht. Das ist ein großes Schwert gewesen. Mit... Da will ich nicht gegen ihn kämpfen. Oh! Hier ist auf jeden Fall auch schon deutlich mehr los. Ein paar unserer Einwohner. Hier ist reger Betrieb. Sind das Neutobianer? Frag ich ihn. Und er antwortet sozusagen. Ja, guten Tag, die Herren. Sind nur Herren, oder? Sind Damen auch da? Muss ich gendern? Herren und Herrinnen? Oh, Gefahr heißt... Oh, gut, dass das ein Schild war. Habe ich sonst reingelaufen. Sehr verehrte Herren und Herrinnen. Äh... Wir gehen jetzt weiter. Habt noch viel Spaß. Was ist das? Autsch. Tür zugeschlagen. So. Das sieht aus wie ein automatisches Lager. Aber im Lager waren wir ja schon. Also wird es wohl nicht ein automatisches Lager sein. Deswegen warten wir mal ab, ob Tobi es uns jetzt verrät. Die Brauerei. Leider noch nicht betriebsfertig. Oh, wenn ich nächstes Mal eine Taverne benötige, wende ich mich an euch und nicht an die vom fernen Land. Mit Wirtsräum im oberen Bereich. Äh... Naja, die können aber ausgebaut werden, würde ich mal sagen. Uiuiui. Wie gesagt, noch nicht funktionstüchtig. Gut. Dann, wo kommen wir hier hin? Äh... Das kam mir auch bekannt vor. Hier bin ich auch schon mal lang gelaufen, glaube ich. Ich habe mich voll verlaufen damals. Also ich habe mich ja schon öfter hier verlaufen. Mein kleines Privathaus. Uiui. So lässt es sich leben. Ähm... Ach komm, setzen wir uns mal hier hin. Ich muss nur kurz, äh... Äh, etwas aus dem Moment da rausschmeißen. Dann kann ich mich auch da hinsetzen. Und da sitzen wir nun ganz gemütlich. Und ich frage mich, warum habe ich bei dem Lager eigentlich nicht von Anfang an den Shader angemacht. Deswegen schalte ich den jetzt an. Deswegen schalte ich den jetzt an. Schlechtes Timing. Deswegen schalte ich den jetzt an. Danke. Ja. Wenn ich Sachen zeige, mache ich das ja nicht immer mit Shader. Auch wenn ich da etwas schwer um die Ecken rumkomme. Aber jetzt sitzen wir hier gemütlich. Und jetzt stehen wir wieder auf und gucken uns das kleine Privathaus mal an. So. Hallo, kleines Privathaus. Ja, ich gehe etwas globiger wegen der Shader. Aber umso schöner ist es dann später ohne Shader weiterzumachen. Ja, sieht auch nett aus. Kleines Wohnzimmer. Was ist hier? Oh. Balkon mit Pool. Kleiner Schönheit Jacuzzi. Hätte ich nur Angst, dass ich ertrink in dem Jacuzzi. Und dann sagt er, das ist kein Jacuzzi. Das ist ein richtiger Pool. Oh. Dann müsste ich mal googeln. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Jacuzzi und einem Pool? Ach, Terrasse ist das. Okay. Eine schöne Terrasse mit Pool. Aber dann schwimmen wir mal wieder raus. Ich habe ja eigentlich gar keine Badehose dabei. Und das Wetter ist jetzt auch nicht so zum Baden. So. Ja, okay. Äh, wo gehen wir jetzt hin? Da, 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 da. Autsch. Schon wieder Tür zu. Ach, nett hier. Das ist das Gästezimmer. Vielleicht werde auch ich eines Tages hier nächtigen. So, jetzt geht es hier wieder runter. So. Okay, ich würde mal sagen, das hier muss noch ausgebaut werden. Sagt er was dazu? Hallo? Der untere Teil ist leider noch nicht eingerichtet. Kommt noch, würde ich mal sagen. Aber man kann ja trotzdem wohl hier lang gehen. Hier ist wieder ein Balkon. Also das ist jetzt auch ein Balkon und keine Terrasse. Gut. Ja, schöne Aussicht. Wetter könnte besser sein, würde ich mal sagen. Und da stehen wir im Regen und schauen hinaus auf das offene Meer. Ja. Der Strand wurde extra angelegt. Nur das Wetter könnte besser sein. Ja. Der Strand wurde extra angelegt. Und ich habe mir auch sagen lassen, man kann hier nicht ertrinken. So wie es schon bei Azarin war. Ja, und dann gehen wir mal eine Runde schwimmen. Immerhin bei dem Wetter macht doch Bock auf Schwimmen. Also, zumindest, ja, dahin ist er. Ich war mir gerade unsicher, ob er wirklich ins Wasser gesprungen ist bei dem Wetter. Aber, denn ist er. Und wir gucken mal. Ja, also das hier, selbst angelegt, da sieht es echt gut aus. Denn Tintenfische sind hier und Delfine. Dahin, was sind das für Fische? Fische, Forellen vielleicht. Und da geht es wieder hoch. Gut. Komm nicht rein. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin mit Schädern halt ein bisschen schwerer. Und, ach, hier sind wir. Ja, da ist ja das Portal. Das finde ich sonst nie, wenn ich allein hier bin. Lauf ich über den... Oh, ein Kronlechter, schön. Das ist... Hier ist der Festkeller. Ja, ein schöner Kronlechter. Ja, hier kann man auf jeden Fall auch gut Party machen. Muss mich echt mal bei dem einladen. Was hat er für Getränke hier? Das ist mal ein schöner Traunkopf. Die Getränke sind hier, heißt es. Ne, jetzt... In der Mitte, das Mittler... Geh zum Mittleren. Geh zum Mittleren. Ja. Da sind die Getränke drinnen. Und zwar... Chorusfrüchte. Keine Ahnung, wie die schmecken. Ich habe mir gehört, bei Bischof Troll soll es davon auch welche geben, aber... Bei dem war ich auch noch nicht eingeladen. Dann sind wir beim Felsenboden, der ist mir bekannt von der ruhmreichen Veranstaltung vergangener Woche. Ja, das ist auch der Rathausplatz als Mittelpunkt. Da setzen wir uns mal hin. Ja, hier saßen wir letzte Woche bei der Krönung, erinnert ihr euch noch? Ja, Neutobiland ist für ruhmreiche Veranstaltungen bekannt. Jetzt zum Schluss war der Ton nicht nur weg, sondern... Wir gehen runter in die Katakomben, sondern... Das letzte Tag ist komplett gestreikt. Ich muss die Folge einmal komplett speichern und neu laden, um jetzt die letzten zwei Minuten nochmal neu vertonen zu dürfen. Ja, wir sind hier jetzt in den Katakomben unter dem Felsendom. Und die große Frage ist, wer ist denn... Ja, jetzt sagt er das in die Katakomben. Wer ist denn hier verschachert, wollte ich wissen. Antwortet er drauf. Gehen wir erstmal die Treppe runter. Hallo? Wer ist hier verschachert? Sagen Sie... Sagt es mir, König Tobi. Der 1400 Ritter. Hier wird irgendwann der heilige Hase sein. Oh, da gehe ich viel in die Knie. Eine Schweigeminute. Naja, keine ganze Schweigeminute, sonst... Sagen Sie, ist ja nur noch eine Minute, dann ist die Folge zu Ende. Und wenn ich jetzt schon nachvertonen, will ich da ja auch was sagen. Der Hase muss noch gefangen werden. Interessant, auch daraus könnte man ja eine Folge machen. So, wieder hoch. Wo gehen wir jetzt hin? Ich wusste gar nicht, dass der Phantom so verwinkelt ist. Wo sind wir denn jetzt? Da geht es wieder hoch? Nee. Äh... Der geheime Zugang zum Schloss. Ah. Dann gehen wir da mal hoch. Aha. Ja, da kann man rausgucken. Da kann man wieder hochgehen. Das Schloss kennen wir ja auch schon. Ja, äh... Genau, da hat Cookie doch rausguckt, letzte Woche. Und ich bin da den Baum... Da, rechts. Den Baum bin ich runtergesprungen. Von ganz da oben. Das Schloss kennt ihr ja, weiß. Genau, ich bin nämlich von dem Turm da runter auf den Baum. Und das war dann mein Ausgang. Ich erinnere mich, ja. So war das damals. Also müssen wir uns das Schloss jetzt nicht nochmal angucken. Aber... Ach ja, die... Äh, was ist das denn? König Tobi? Sagt ihr es mir bitte? Schönes Bild. Die große Bibliothek von Neu-Tobi-Land. Ob er wohl weiß, dass da ein dreieugiges Alien an der Wand hängt, wobei eines der drei Augen ausläuft? Er wird es wohl sehen, wenn er das Video hier guckt. In seinem Ressource-Pack sieht es wahrscheinlich anders aus. Ja, aber dieses, äh, 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 Video, äh, dieses, dieses Alien da ist schon... Joa... Wo sind wir denn jetzt hingelaufen? Jetzt habe ich... Achso! Äh, äh, zum großen Archiv geht es jetzt. Äh, 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 ja. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Runter, 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 runter. Das ist also das... Wow! Große Archiv. Dies ist mal ein Kronleichter. Hier werden sauber Bücher und Schriften aufbewahrt. Ihr müsst sehr wertvolle Schriften haben. Ja, man sieht sie. Und sie sind sogar sortiert nach Kategorie. Ich sollte vielleicht auch mal... Ich habe ja 44 Level. Ich könnte ja auch mal meine, ähm, meine Level in Bücher umwandeln. Ähm, ich habe ja dank den Lamas, die mich regelmäßig besucht, noch ein bisschen Leder. Oh, Kano ist ein Zombie-Arz geworden. Wo sind wir jetzt? Oh, hier. Das sind die Schriften, die er nicht auch bewahrt. Da meint er, könne man sich einfach bedienen. Und ich überlege, was brauche ich denn überhaupt? Ihr könnt euch ein paar Zauberbücher mitnehmen. Ja, ich denke, mein Schwert könnte noch optimiert werden. Äh, was haben wir denn hier so? Hm, 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 hm. Äh, ja, die Doppeltverzauberten werden hier wohl nicht. Bin nur sehr, sehr großzügig. Äh, Plünderung hätte ich gerne noch aufs Schwert. Haben wir hier irgendwo Plünderung? Plünderung, 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 Plünderung. Äh, Tobi hat Plünderung gefunden. Ja. Okay. Dann kann ich das wohl mit Sicherheit, äh, auf mein Schwert noch machen. Ich sollte dafür genug Level haben. Ja, was haben wir jetzt? Äh, Plünderung und Schärfe sogar. Boah. Das, äh, wird mein Schwert auf jeden Fall aufwerten. Aber jetzt mache ich mich langsam auf der Hölle. Es gibt zwar noch mehr, aber das müssten wir ein anderes Mal machen. Jetzt, äh, sonst wird die Folge zu lang. Deswegen verabschiede ich mich von Sotobi. Sage ganz vielen Dank. Und Arriveder. Wie, der, wo sind wir hier? Äh, äh, da geht's raus. Arriveder. Tschüss. 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 Tschüss.